Moin zusammen, ich grüße euch heute mal auf meinem Kanal ein Spezial, was nicht mit der MOBA, sondern mit der Großen Bahn zu tun hat. Ein Kollege und ich haben vor ein paar Jahren mal einen Lehrfilm gedreht für unsere Leitstelle, denn seit 2009 betreibt personaltechnisch die Rostocker Straßenbahn AG die Strecken RB11 zwischen Tessin, Rostock-Wismar und die RB12 zwischen Rhein-Müritz und Rostock Hauptbahnhof. Und die ganzen Besonderheiten und was ist wenn, waren ja doch etwas Neuland und daher haben wir diesen Film denn hergestellt. Einiges hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, ist neu dazu gekommen, anderes ist wieder weggelassen worden, aber es ist immer noch ein sehr interessanter Film und den würde ich euch jetzt gerne präsentieren wollen. Auf freier Strecke haben wir natürlich in Zeitraffer gedreht, sonst wäre das nämlich ein endlos langes Video geworden und so habt ihr die Möglichkeit, jetzt einmal die Streckenführung live mitzuerleben. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Films und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.